Musik Also die Trends sind ganz klar, dass Metro und Railway sich in den Städten der Welt hervorragend entwickeln. Wir können im Tunnelbau von einem goldenen Zeitalter sprechen. Noch nie sind so viele Tunnel und so ehrgeizige Tunnelprojekte auf der Welt durchgeführt worden. Herangnicht stellt Tunnelbohrmaschinen her und zwar genauso wie die Projekte des Brauchendes. Das sind alles Unikate und wir helfen den ambitionierten Bauherren und den Bauunternehmen, diese Tunnel auch schnell im Budget und in der Zeit zu bauen. Welche Regionen der Welt sind momentan die, wo Sie sagen, da können Sie am meisten voranschreiten? Also Asien ist ein gutes Stichwort. Asien-Pazifik ist ein sehr interessanter Markt für uns, insbesondere China, wo wir in den letzten zehn Jahren über 600 Projekte ausgeführt haben. Der Mittlere Osten ist sehr stark. Also die ganzen Regionen dort haben stark in die Metrosysteme investiert. Südamerika ist für uns auch ein hochinteressanter Markt. Und Europa ist in den letzten zwei Jahren auch ein sehr starker Treiber von unserem Geschäft. Weil die großen Strecken, vielleicht haben Sie von Gotthard Basistunnel gehört, da haben unsere Maschinen, die haben unsere Maschinen gebaut. Und da ist ja ein Jahr früher alles geplant, eröffnet worden. Auch weil man mit Maschinentechnik solche Großprojekte gut umsetzen und sicher umsetzen kann. Was mir jetzt noch im Kopf ist, ist dieses Crossrail-Projekt in London. Also Crossrail waren letztes Jahr die letzten Durchbrüche. Das war das größte Bauprojekt in Europa. Das ist jetzt im Finish. Das sind von West nach Ost zwei Tunnelröhren mitten durch die Stadt gebaut worden. In drei Jahren, um die Infrastruktursituation für London und Umgebung zu verbessern. Wenn Sie jetzt sagen Tunnel bauen, dann springt mir sofort dieses Modell ins Auge. Das ist jetzt ein Jahr früher.